Die Stimmungskulisse Darf die Stimmungskulisse schon nach oben gehen jetzt für unsere Sportler Das war der Startschuss Da wird gleich richtig angefeuert bei uns auch Für die Sportler Und die Stimmungskulisse Die Stimmungskulisse Die Stimmungskulisse Na, ja, ja Und die Stimmungskulisse Jetzt los, aber Super, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. 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 Ok, Sky. Guillaume. Super, bravo. Super, bravo. Super, bravo. Das war's für heute. 2.29 Uhr zu Bangalore Und jetzt Silbermedaillengewinner hier im Cross-Country Karl-Markt im Zieh von Stadeck angekommen Das ist wirklich eine gewonnene Bronzemedaille Gregor Rackel auf Platz 3 heute Mario Bayer, österreichischer Meister in der U23-Klasse geworden Ja, es ist eigentlich von Anfang an sehr gut gelaufen Es war ein sehr hartes Rennen, vor allem für die Temperaturen Das haben wir heuer überhaupt nicht gewöhnt Ich habe eigentlich probiert, mich von Anfang an abzusetzen Ich habe schon zwei Runden, habe dann so eine Minute heraushauen können Und habe dann probiert, den Vorsprung von Stand zu halten Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen Mein Geschirn und dann später in der U-Stadt nach Bayern Und dann geht es in etwa schon an die Ende zu dieser Saison Mario Bayer Max Heule U-Inströmung! Schärf ist heute schön! Hier soll doch von välgeweren Ich habe neid da, denk ich Ja, ist schon vor den Eis gegangen Put, den Kaufstern Untertitelung des ZDF, 2020